Nun, ich fürchte, wir müssen uns trennen, nun wo ich gerade begonnen habe, mich kennenzulernen. So, du bist also das letzte Modell. Ja, und auch das Glaubwürdigste. Offensichtlich auch das Selbstherrlichste. Der Sinn für Kleidung scheint sich nicht weiterentwickelt zu haben. Und die Umgangsformen anscheinend auch nicht. Wie auch immer. Mach's gut, mein Junge. Du bist nicht schlecht gewesen. Nein, wirklich. Es ist beruhigend zu wissen, dass meine Zukunft in sicheren Händen ist.